Heute machen wir mal wieder ein bisschen Gerätekunde und zwar geht es um Gerätestecker und Anschlusskabel. Also üblicherweise alles was in eure Steckdose gesteckt wird und dann zu irgendeinem Gerät verbindet. Zumindest solange es ein abnehmbares Kabel hat und kein externes Netzteil nutzt. Da gibt es ein bisschen mehr als man meinen könnte und auch ein paar interessante Eigenheiten, die man oft gar nicht merkt. Also schnappen wir uns mal ein paar Kabel und schauen uns an, was das ist und wie das funktioniert. Ein paar kleine Einschränkungen mache ich. Zum einen, wie gesagt, wir sind hier Steckdose am gucken. Das heißt alles was so DC ist, was USB ist oder was am Ende hintendran mit einer kleineren Spannung oder DC oder sonst was arbeitet, lassen wir weg. Und was wir auch weglassen, das ist alles was drei Phasen nutzt. Also beliebige Stecker, die mehr als eine Phase haben, üblicherweise in Deutschland. Also unsere 400 Volt beziehungsweise früher 380 Volt. Auch die sind nicht mit im Paket. Und was auch nicht mit im Paket ist, ich beschränke mich hier auf die EU. Das heißt also zum Beispiel der US-Stecker, den werden wir uns nicht weiter vornehmen. Die Schweiz werden wir in der Liste neutralisieren. Und auch unsere Freunde von der Insel dürfen nicht mehr mitspielen. ist ja keine EU mehr. Trotzdem viele Kabel, viele Stecker, aber alle mit einer recht ähnlichen Aufgabe. Prinzipiell gibt es ein einfaches Konzept, was fast immer gilt. Da wo der Strom herkommt, da haben wir Löcher. Da wo der Strom hin soll, da haben wir Stifte. Hatten einen relativ einfachen Grund. Na, an die Stifte kann ich dran packen, wenn da Strom drauf wäre. Das wäre ungemütlich. Die Löcher, da muss man sich schon ein bisschen anstellen, um da in die Steckdose zu packen. Denn die Kontakte für den Strom sind wesentlich tiefer drin. Bevor wir uns aber dem Kram hier widmen, widmen wir uns erstmal der Seite, die in Geräte eingesteckt wird. Da gibt es nämlich auch diverse Formen und Möglichkeiten. Auch da gibt es eine Menge verschiedener Stecker. Hier mal so die gängigen. Prinzipiell sehen wir aber auch hier wieder das Konzept. Na ja, hier sind Löcher. Das heißt also, hier stehen keine Stifte raus. Das wäre an der anderen Seite. Und alle hiervon haben eins gemeinsam. Sie gehören nämlich zu einem gemeinsamen Standard. Genauer gesagt ist das der IEC 60320-1. Oder in Deutschland, wir brauchen natürlich wieder eine Extrawurst. Da ist es die DIN VDE 6025. Die Stecker selber, die kann man auch nochmal aufteilen. Die mit zwei Kontakten und die mit drei Kontakten. Stecker mit zwei Kontakten, die haben nur eine Phase oder den Außenleiter und den Neutralleiter. Die mit drei, die haben zusätzlich einen Erdkontakt, also eine Schutzerde. Das ist zum Beispiel wichtig bei Geräten mit Metallgehäuse, wenn man da eine zusätzliche Sicherheit haben möchte. Aber gehen wir einfach mal der Reihe nach durch oder fangen erstmal mit etwas an, was man eher selten sieht. Das hier, das wäre Nummer eins. Das ist der sogenannte Rasierstecker. Der findet sich wenig überraschend meistens bei Rasierern, ist sonst aber eher selten. Hat auch einen Grund, denn hier dieser Stecker, der hat wie alle anderen auch eine maximale Leistung. In dem Fall hier gerade mal 200 Milliampere. Also bei unserer normalen Netzspannung von 230 Volt etwa 50 Watt. Das ist ja ein Maximalwert. Normalerweise will man da zumindest für die meisten Geräte deutlich drunter bleiben. Er ist für Rasierapparate okay, für viele andere aber eben nicht. Rasierstecker ist dabei im Übrigen auch nur so eine Rufnahme. Für all die Stecker gibt es auch eine offizielle Bezeichnung. Der hier, der nennt sich zum Beispiel C2 Stecker. Die Gegenseite wäre dann die C1 Buchse. Wobei ich einen Stern dran mache, denn das hier ist kein echter Rasiererstecker. Keine Ahnung, das ist irgendein nicht mehr ganz so elektrisch sicheres Kabel von einem Rasierer, aber nicht der ursprüngliche Rasierstecker. Ne, den habe ich halt nicht da. So verbreitet ist er. Recht ähnlich aber deutlich häufiger anzutreffen, das ist die gute alte 8. Die habt ihr bestimmt alle zu Hause. Das ist das sogenannte Kleingerätekabel oder auch C8 Stecker. Der kommt auf der anderen Seite dann in eine C8 Buchse. Das ist hier sowas zum Beispiel. Die findet man fast immer bei kleinen Netzteilen mit kleinen Leistungen. Auf den ersten Blick, da sieht hier das natürlich etwas ähnlich zum Rasierstecker aus. Auch zwei Kontakte, auch ähnliche Formen mehr oder weniger, aber wir sehen hier schon, die Kontakte sind deutlich größer, deutlich weiter auseinander und entsprechend haben wir hier dann auch ein bisschen mehr, was das Ding verträgt. Offiziell 2,5 Ampere, also knapp über 550 Watt. Entsprechend dann auch, wie gesagt, bei kleineren Geräten, kleinen Fernsehern, kleinen Netzteilen, wie der Name schon sagt, Kleingeräten dann entsprechend verteilt. Es gibt noch eine Ausnahme. Ich sagte eben schon, das hier ist C8 Stecker, C7 Buchse. Da gibt es noch eine Sonderform. Das ist der C7 P. Der sieht dann hier so aus. Im Prinzip ist der erstmal ähnlich aufgebaut, aber eine Seite hat irgendwie eine Ecke. Die Seite, die hat dann den Außenleiter. In unseren Gefilden macht das nichts aus, weil wir schlicht und ergreifend L und N nicht wirklich sinnvoll trennen. Prinzipiell kann man auch jederzeit den C8 Stecker hier reinstecken. Das heißt also, das funktioniert einwandfrei. Andererseits, wenn man den C8 P Stecker hätte, das heißt also ein Stecker, der wirklich das Viereck hat, den kann man wiederum nicht in die C7 Buchse ohne P reinstecken. Das geht dann nicht. Wenn man jetzt statt den zwei Pins lieber drei haben möchte, da gibt es auch eine Lösung. Das ist der hier. Ja, das ist der sogenannte meistens Kleeblatt Stecker oder Mickey Maus Stecker. Offiziell ist das dann der C6 Stecker und am anderen Ende dann die C5 Buchse. Ist erstmal nahezu identisch mit dem hier, wenn wir hier drauf gucken. Das passt irgendwie so von der Größe. Entsprechend sind auch die Specs fast gleich. 2,5 Ampere gehen auch hier durch. Nur halt, dass man hier oben nochmal ein größeres Loch hat, was dann entsprechend den Schutzleiter für eine eventuelle Erdung reingibt. Hierbei auch interessant, wenn wir hier in die Buchse mal reingucken. Eventuell kann man so ein bisschen erahnen, der obere Pin in der Mitte, der ist zum einen dicker und er steht ein bisschen weiter nach vorne als die anderen beiden. Das ist dafür, dass wenn man hier einsteckt, erst die Erde Kontakt macht, der Schutzleiter und dann erst die beiden anderen. So wird sichergestellt, dass man da nicht irgendwie Strom erst drauf gibt und dann den Schutzleiter. Das wäre gegebenenfalls ungesund. Genug Kleingeräte. Gehen wir mal zu ein bisschen größeren Geräten. Und da gibt es den Klassiker. Den kennt auch wahrscheinlich jeder von euch. Der hier, der gute alte sogenannte Kaltgerätestecker. Auch hier übliches Konzept. Der Strom kommt hier raus. Das heißt, hier haben wir unsere Löscherchen. Keine Kontakte. Im Standard, da heißt das Ding dann hier C14, die Buchse auf der Gegenseite. Das wäre dann C13. Also sowas hier. Und ja, von den Specs her deutlich größer. Statt den zweieinhalb Ampere vom Kleingerät können wir hier zehn Ampere aushalten. Also etwas über zwei Kilowatt. Das reicht für fast alles aus. Daher entsprechend auch so verbreitet. Kaltgerätestecker haben, im Gegensatz zu denen, die wir uns vorher angeguckt haben. Jetzt aber auch drei Löscher. Das heißt also, hier ist neben dem Leiter, dem Außenleiter und dem Neutralleiter auch eine Erde dabei. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, ein Gerät zu erden. Sprich, an den Schutzleiter anzuschließen. Ist auch speziell aufgebaut. Wenn wir uns nämlich die Buchse hier nochmal anschauen, dann können wir eventuell erkennen, wenn wir von der Seite so drauf gucken, der mittlere Pin, der ist ein Ticken länger als die anderen beiden. Und das hat den Grund, dass die Erde tatsächlich dann zuerst Kontakt macht, bevor die beiden Außenleiter und Neutralleiter dann mit dem Gerät verbunden werden. Theoretisch sind die auch gepolt. Wenn wir hier von der Seite ein bisschen drauf gucken, sehen wir hier an der Seite ein L und hier auf der N. Das heißt also, theoretisch kann man hier L und N fest belegen. In der Realität ist meistens am anderen Ende von hier dem Kabel ein nicht verpolsicherer Stecker dran, sodass das dann wieder hinfällig ist. Jetzt habe ich aber eben ja schon gesagt, wie das Ding landläufig genannt wird, nämlich Kaltgerätestecker. Wieso denn kalt? Ja, es hat natürlich wirklich mit der Temperatur zu tun. Alle Stecker, die wir bisher gesehen haben, die sind ausgelegt für eine Temperatur bis 70 Grad. Also 70 Grad am Stecker, das ist nicht eure Raumtemperatur. Soweit ist die Klimakatastrophe dann auch noch nicht gekommen. Bei so üblichen Geräten zu Hause, da ist das eigentlich mehr als ausreichend, aber einige Dinge wie zum Beispiel Kochplatten oder Geräte mit sehr leistungsfähigen und heiß laufenden Netzteilen, die kommen dann auch schon sehr nah ran. Die Lösung dafür, das ist das hier. Ja, der C16 und der C16A Stecker. Umgangssprachlich ist das dann der Warmgerätestecker und der Heißgerätestecker. Die sind prinzipiell recht ähnlich, nutzen aber ein anderes Plastik oder gar Keramik und haben eine Kodierung drin, sodass man zum Beispiel keinen Kaltgerätestecker in der Warmgerätebuchse bekommt. Andersrum geht das allerdings. Das heißt, einen Warm- oder Heißgerätestecker können wir in eine Buchse von einem Kaltgerät reinstecken. Warmgerät heißt dabei dann bis 120 Grad und ein Heißgerät ist bis 150 Grad. Einen habe ich noch, das ist der C20. Das ist dieses Monstrum hier. Ja, das Ding sieht man jetzt im Privathaushalt wahrscheinlich eher selten. Das ist erstmal relativ ähnlich aufgebaut wie so ein Kaltgerätestecker, nur Tickengröcher. Wir haben hier auch entsprechend den Stecker und die Buchse. Auch der geht erstmal bis 70 Grad, hat aber einen Unterschied. Wer hat mir gesagt, der hier, der kann 10 Ampere. Naja, diese Stecker hier sind für 16 Ampere ausgelegt. Hiervon gibt es auch noch eine Subvariante. Das ist dann der C22. Den habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ist quasi der große Warmgerätestecker für 16 Ampere. Der würde dann auch bis 150 Grad gehen. Genug Stecker. Kümmern wir uns mal um das andere Ende vom Kabel. Und da ist die Auswahl ein bisschen übersichtlicher. Die einfachste Variante, das ist der sogenannte Eurostecker. Sieht hier so aus. Ist klein, fein und vor allen Dingen universell. Den Eurostecker, den kann man nämlich in fast jedem Land in Europa einstecken. Außer Irland, Malta, Zypern und UK auch nicht, aber die sind ja auch nicht mehr dabei. Dafür passt der aber auch zum Beispiel in der Schweiz, in großen Teilen von Südamerika, Afrika, Asien. Die haben alle Steckdosen bei denen der Eurostecker reinpasst. Also, wie gesagt, sehr universell das kleine Teil. Dafür ist er allerdings auch ohne Schutzleiter. Wir haben also nur unsere 2 Pole hier. Und er ist ausgelegt bis maximal 2,5 Ampere. Wichtig dabei, ein richtiger Eurostecker. Der hat an den Pins hier hinten isoliert. Das heißt, wir haben nur vorne an den Spitzenmetall hinten nicht. Das ist dafür da, dass bei Steckdosen, die nicht irgendwie ein Profil haben wie die, die wir haben, auch ein Berührschutzgegebnis. Bei uns ist das ja halbwegs okay, weil, naja, hier muss man schon sehr tief reinstecken. Jetzt macht er erst Kontakt und da kommt man mit dem Finger dann eher nicht mehr rein. Aber es gibt halt auch Steckdosen in anderen Ländern, die sind wirklich komplett flach an der Wand. Und wenn man dann hier so reinstecken würde, dann könnte man hier noch irgendwo dran packen, wenn die tief genug drin wären. Deswegen die Isolierung hier. Und diese Universalität, die zeigt sich auch daran, dass viele von diesen Wandwarzen, also Steckernetzteilen, die direkt in die Steckdose gesteckt werden, von der Form her im Endeffekt hier einen Eurostecker nachmachen. Auch der Eurostecker hat natürlich einen Namen. Das wäre offiziell der CEE 7-16. CEE, das ist die Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment und wird uns auch noch bei allen anderen Steckern begleiten. Denn ja, so ziemlich alles, was in die hiesigen Steckdosen kommt, ist alles aus der 7er Reihe von den beschriebenen Yay-Standards. Dinge verschiedener Hersteller passen ausnahmsweise mal aufeinander. Nach US-Norm wird hier dieser Eurostecker im Übrigen auch Typ C genannt. Wie gesagt, der richtige Eurostecker sieht hier so aus. Man findet aber auch sehr viele interessante Varianten. Entweder weil es halt nachgemachte sind aus dem Ausland. Die sehen dann ähnlich aus, aber haben dann zum Beispiel hier dünnere Pins, keine Isolierung oder weil es sich halt um sehr alte Dinger handelt, die früher mal zugelassen waren, aber heute ja hoffentlich eher ausgestorben sind. Gut, genug von dem Eurostecker, der überall passt. Gehen wir mal weiter. Der nächste Stecker, das ist der, ja nennen wir mal Eurostecker Plus, das ist der sogenannte Konturenstecker. Das ist hier so, im Prinzip recht ähnlich, auch ohne Schutzleiter, aber bis 16 Ampere nutzbar. Um das zu ermöglichen, sind die Stifte meistens ein Ticken dicker und vor allen Dingen gibt es hier außenrum dieses Plastik. Das hat zwei Gründe. Nummer eins, die Haltbarkeit. Mal hier so eine Steckdose holen, die wir normalerweise so in der Wand haben und den Eurostecker da einstecken. Der ist zwar da drin, aber wir sehen, der wackelt dann doch noch ein bisschen hin und her. Und da ist hier der Konturenstecker besser mit von der Partie. Wenn wir den nämlich einstecken, der hat hier einmal links und rechts diese Führung, wo es quasi reingeht, plus durch die Form auch nochmal Komplettauflage und der wackelt dann nicht mehr wirklich. Also besserer Kontakt ist dann etwas zuverlässiger. Offiziell heißt hier der Stecker dann CEE 7-17. Nur S-Bezeichnung habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich scheine den nicht so wirklich zu kennen. Ist allerdings auch nicht verwunderlich, denn wirklich häufig habe ich die Konturenstecker jetzt eher nicht gesehen. Mal bei einem Staubsauger, einer Küchenmaschine, aber eher selten. Also kommen wir zum Klassiker. Und zwar der gute alte Schutzkontaktstecker, kurz Schuko. Wir kennen ihn wahrscheinlich alle. Prinzipiell ja, das ist ein Stecker mit Schutzkontakt, aber technisch gesehen ist das hier kein Schuko. Wir haben in Deutschland zwar Schuko-Steckdosen, die heißen dann CEE 7-3 oder Typ F auf dem amerikanischen Sektor. Manchmal hört man auch German Style. Aber der Stecker, den wir hier haben, das ist nicht das exakte Gegenstück. Das exakte Gegenstück, das ist nämlich der hier. Wir haben ein paar kleine Unterschiede. Fangen wir mal mit dem Original an. Das hier, der hat die zwei Stifte in der Mitte und dann hier entsprechend oben und unten Kontaktflächen. Und unsere Steckdose, die wir haben, die hat die zwei Löcher und oben und unten eine Klammer. Die ist für den Schutzleiter, also die sogenannte Erde. Wenn wir jetzt hier den Stecker holen, das ist der sogenannte CEE 7-4 oder Typ F. Den können wir hier reinstecken und haben dann einmal unten Verbindung durch die beiden Löcher mit der Fasor, also dem Außenleiter und dem Neutralleiter. Und über die Klammern haben wir eine Erde. Das Ganze auch in diesem wunderschönen Profil, was wir eben schon gesehen haben. Das heißt also, nicht wirklich viel am Wackeln. Relativ sicher in der Steckdose. So, und wie so war jetzt der andere? Kein Typ F. Naja, das liegt daran, was wir hier unten drin haben, wenn wir da von der Unterseite drauf gucken. Wir haben einen prinzipiellen ähnlichen Aufbau. Wir haben auch die zwei Stifte. Wir haben auch hier oben und unten die Kontaktfläche. Wir haben aber zusätzlich hier noch ein Loch. Das macht ja keinen Sinn, oder? Macht es doch Sinn? Naja, doch. Das macht Sinn, denn wir sind hier zwei in der Gegend, die relativ stark die Typ F-Steckdosen nutzt. Es gibt aber noch eine zweite Variante, die auch recht verbreitet ist. Das ist nämlich diese hier. Das sind die französischen Steckdosen. Die sehen ähnlich aus. Zellen auch ungefähr zum selben Bereich. Aber ein wichtiger Unterschied. Wir haben Klammern. Die haben einen Stift. Hat einen Vorteil und einen Nachteil. Wobei, hat es wirklich einen Nachteil? Ja, doch. Anyhow, das hier, wie gesagt, französischer Stecker oder auch im Standard CEE 7'5 oder Typ E. Und genau für die ist dann auch das Loch. Denn das hier, das ist, wie wir eben gelernt haben, kein Standard Schuko Typ F, sondern das hier ist ein CEE 7'7. Auch genannt Typ E und F Kombi-Stecker. Und der hier, der hat dann, wie der Name schon sagt, Kombi-Stecker, die Möglichkeit einmal bei uns in die Steckdosen zu kommen durch die beiden Kontaktflächen. Kann aber auch durch das Loch unten drin in den französischen Steckdosen hier eingesteckt werden, sodass wir da auch denselben Stecker für beides benutzen können. Die französischen Steckdosen sind im Übrigen dadurch, dass sie halt so aufgebaut sind, auch zu allem, was wir vorher hatten, kompatibel. Das heißt also, sowohl unser Euro-Stecker hier, der passt da rein. Da steht der Pin dann einfach oben drüber raus. Ist ja egal, wenn man da dran kommt. Das ist ja geerdet. Das sollte kein Strom drauf sein. Ansonsten ist die Installation bei euch vielleicht etwas überholungsbedürftig. Und auch der Konturen-Stecker. Da hatten wir eben ja gesehen, die haben nicht oben und unten Schlitze drin für die Federn, sondern die haben am Ende vom Schlitz tatsächlich auch noch so eine Rundung. Na, wofür ist die wohl? Die ist genau für diese französische Steckdosen, wenn wir die einstecken. Dann kann der Stift durch die Rundung da durch und kommt auf der Oberseite wieder raus. So kann man die auch da nutzen. Die französische Steckdose, wie gesagt, hat einen Vorteil und einen Nachteil. Naja, wir haben jetzt eine Richtung. Der Stecker, wenn wir den einstecken, dann haben wir L und N an der richtigen Stelle. Nachteil natürlich, die meisten Stecker haben dann auch entsprechend nur ein Loch. Das heißt also, ich kann das Ding so rum einstecken, aber ich kann es nicht um 180 Grad drehen und so rum reinstecken. Ja, die Dinger hier gehen meistens nur in eine Richtung. Und wie gesagt, das hier ist ein anderer Standard. Das heißt also, die Kombi-Stecker, die wir meistens haben, die können wir benutzen. Aber so klassische Stecker, die passen nicht hier rein. Andersrum, die französischen, die würden ja auf den ersten Blick in unsere Steckdosen reinpassen. Einfach weil dann halt das Loch nirgendwo reingeht. Aber durch das Profil an der Seite und die Federn passen die dann doch nicht. Denn wir sehen, hier ist einfach komplett rund und nicht irgendwie so ein Profil drin. So, genug gequatscht. Das war jetzt hier unsere kleine Steckerkunde. Und das ist so ziemlich das, was man wahrscheinlich so am ehesten vor der Nase hat, hier in unseren Gefilden. Ist, denke ich, auch ganz gut zu wissen, was die einzelnen Sachen können, wie sie zusammenpassen und wieso es halt manchmal ein Loch gibt. Was man sich nicht erklären kann. Auch bei den Steckern gibt es natürlich viel anderes Zeugs. Eins, was wir vielleicht mal erwähnen sollten. Das sind solche Sachen hier. Ich denke, ihr kennt sie. Das sind die sogenannten CE-Stecker. Ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend, weil die anderen waren auch alles CE-Stecker. Historisch und so. Offiziell ist das hier die IEC 60309-Serie oder früher einfach nur IEC 309. Die findet man meistens eher in Rot dann für drei Phasen Wechselstrom oder Drehstrom oder was auch immer. und ist ja eine komplett eigene Kategorie an Steckern. Wir sehen ja hier schon die Variationen. Wir haben Gelb, wir haben Blau, wir haben Rot, was wir ja kennen. Die Farbcodierung, die hat mit der Spannung zu tun. Zum Beispiel hier Blau sind 230 Volt, Rot sind die 400 Volt oder hier in Gelb. Das ist für 120 Volt, also eher der US-Strom, um es mal so plakativ zu sagen. Es gibt noch viele andere Bereiche für Niederspannung, für noch höhere Spannungen. Da kann man sich auch austoben und genauso gibt es auch unterschiedliche Ströme. Zum Beispiel der kleine hier, der macht 16 Ampere, der hier macht 32 Ampere. Es gibt dann noch 64 und ich glaube das Maximum, was normiert ist, pardon 63. Das Maximum, was normiert ist, müssten 125 Ampere sein. Wie gesagt, eher selten in Privathaushalten zu finden, eventuell mal für irgendwelche größeren Maschinen, Ladepunkt für ein Elektroauto oder für Camper oder sowas. Aber in der Wohnung hat man eher selten sowas, es sei denn natürlich, man ist Bastler. Na gut, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die üblichen Artikel sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. Von daher könnt ihr euch da austoben. Ja, ich hoffe es hat euch weitergeholfen. Ansonsten unten ist ja der Kommentarbereich. Trobt euch aus, wenn ihr denkt, da fehlt noch ein ganz wichtiger Stecker. Aber bis dahin kann ich jetzt hier mein Zeug wieder zusammenstecken und bin relativ sicher, dass es auch weiter das tut, was es soll. Von daher. Vielen Dank.